Willkommen bei der HUC Coburg. Heute erfahren Sie Interessantes und Wissenswertes zu unserer Privathaftpflichtversicherung. Zunächst einmal, wann greift eine Privathaftpflicht? Beschädigen Sie unabsichtlich den Flachbildfernseher Ihres Freundes oder fahren Sie versehentlich einen Fußgänger mit Ihrem Fahrrad an, müssen Sie dafür gerade stehen. Denn wer einen Schaden verursacht hat, muss ihn wiedergutmachen. Für wen ist eine private Haftpflichtversicherung sinnvoll? Sie ist für jeden wichtig und garantiert sinnvoll. Denn die Privathaftpflicht dient quasi als Grundabsicherung. Schließlich können Sie mit geringen Beträgen, also mit wenig Geld, viele Risiken abdecken und sich gegen finanzielle Folgen absichern. Ohne eine Privathaftpflicht haften Sie mit Ihrem eigenen Vermögen, wenn jemand durch Ihre Schuld zu Schaden kommt. Und wer will das schon? Die private Haftpflichtversicherung kommt zum Tragen, wenn eine Person verletzt oder im schlimmsten Fall sogar tödlich verletzt wurde, ob mit einem Skateboard, Fahrrad oder Surfbrett. Der sogenannte Personenschaden. Wenn eine Sache beschädigt oder zerstört wurde, sei es ein anderes Smartphone, eine Vase beim Nachbarn oder ein geliehenes Werkzeug. Das wäre der Sachschaden. Oder wenn eine Person einen rein finanziellen Schaden verursacht hat. Beispielsweise speisen Sie als Besitzer einer Photovoltaikanlage Strom ein, dabei entsteht ein Schaden und es kommt zum Stromausfall in der Nachbarschaft. Der Vermögensschaden. Die Privathaftpflicht gibt es sowohl für Familien, mit oder ohne Kind, als auch für Singles. Das war ein kurzer Überblick zu unserer privaten Haftpflichtversicherung. Weitere Infos finden Sie unter hook.de oder bei Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater. Bis zum nächsten Mal, Ihre Hukobuk.